Mike, ich bin bereit zuzuschlagen. Teufel wirst du tun. Du gehst dahin, wo die Kerle uns hinbringen. Nein, das werde ich nicht. Also ich übernehme die drei vorne und du die sechs, die übrig sind. Marcus, wir haben keine Waffen. In fünf, vier, drei... Oh, scheiße, dieser miese Wichser. Fuck, boy, fuck, boy, what you gonna do? Hey, yo, Mike, es macht keinen Spaß mit der Kaninchen-Waffe-Art, was? Warte, du kennst den Kerl? Ich habe ihn vor ein paar Jahren mit einem Fleischhammer gequält. Denkst du, ich habe den Scheiß vergessen, den du damals bei Manny's Prime-Rip abgezogen hast? Wie konnte ich mich nur von euch zwei schnappen lassen? Mike, ich will meine fünf Millionen. Marcus! Wie du siehst, habe ich die Familie dabei, die Gang. Wir können das schön entspannt machen. Oder es gibt Krieg. Denn ich bin bereit für einen Krieg! Was machst du denn da? Nein! Scheiße. Los, 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 fahr! Rückwärts, rückwärts, rückwärts! Mann, alter Scheibenwischwasser ist brennbar! Woher zum Teufel soll ich das denn wissen? Bin ich ein verdammter Wissenschafter? Jetzt bleib mal schön locker. Das Feuer ist so auf der Außenseite. Oh, scheiße. Jetzt ist es auch drin. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Alle sofort raus! Auf hier! Oh, shit! Untertitelung des ZDF, 2020